Am 9. März 1934 kommt der sowjetische Kosmonaut Yuri Gagarin zur Welt. 1961 fliegt Gagarin mit dem Raumschiff Vostok 1 als erster Mensch ins All und erhält daraufhin den Ehrentitel Held der Sowjetunion. Nur sieben Jahre später stirbt der einst 57 Meter große Pilot bei einem Übungsflug mit einem Jagdflugzeug. 1959 präsentiert das Unternehmen Mattel auf einer Spielwarenmesse in New York die Barbie-Puppe. Barbie ist die erste Puppe im Erwachsenenalter und damit ein echtes Unikat. Bereits im ersten Jahr werden 350.000 Exemplare verkauft. Und das geschah in Österreich. Ende der 70er Jahre steht Österreich vor einem bedeutenden gesellschaftspolitischen Umbruch. Eine große Ökologiebewegung erfasst das Land und immer mehr Bürgerinitiativen setzen sich für den Schutz der Umwelt ein. Zusätzlichen Auftrieb erfährt die Protestbewegung 1978 durch die Zwentendorf-Volksabstimmung und das Nein zur Atomkraft. Das kam natürlich sehr viel von der Volksabstimmung damals über Atomkraft und über Zwentendorf. Und im Zuge dessen hat sich dann halt da einfach eine große Öko-Grünbewegung oder nachher erst Grünbewegung formiert. Diese Vereinten Grünen war so eine Zusammensetzung eigentlich aus konservativ-bürgerlichen Kreisen. Es hat dort Konrad Lorenz dazugehört, Friedensreich 100 Wasser dazugehört. Einer der führenden Umweltschützer Österreichs jener Jahre ist Alois Englander. Anfang der 80er versucht er eine ökologische, jedoch bürgerlich-konservativ ausgerichtete Bewegung ins Leben zu rufen. Am 9. März 1982 meldet Englander schließlich die Vereinten Grünen Österreichs, kurz VGÖ, als Partei an. Inhaltlich ist die VGÖ von Anfang an stark gespalten. Gemeinsamer Nenner ist das ökologische Bewusstsein, ansonsten reicht das Mitgliederspektrum von linksaußen bis rechtsaußen. Damals hat sich gezeigt, was auch bis heute oder sehr lange das Problem der Grünen war, dass sie einfach untereinander extrem zerstritten waren. Das war also keine homogene, in sich geschlossene Gruppe, die alle die gleichen Ziele verfolgt haben. Nein, die einen waren mehr auf der grünen und ökologischen und vielleicht alternativen Seite. Es gab dann aber auch immer wieder sehr konservative Strömungen dabei. Es sind viel später dann erst welche zu Jörg Haider gewechselt oder übergelaufen. Also es gab da innerhalb schon immer sehr große Spannungen und eigentlich auch von Anfang an schon Abspaltungen der Partei. Trotz aller internen Unstimmigkeiten deuten Meinungsumfragen vor der Wahl 1983 auf einen Einzug der VGÖ in den Nationalrat hin. Vor der Wahl waren die Umfragen extrem gut. Man hat ihnen also den fixen Einzug eigentlich in den Nationalrat prophezeit. Und dann gab es ein Interview in der damaligen Zeitschrift Basta, die über den damaligen Spitzenkandidaten und Parteichef Herbert Fuchs, der ja auch als Schauspieler bekannt war, Basta hat ein Interview gemacht. Herbert Fuchs kennt man vielleicht auch heute noch, hatte auch einige so halbseidene Erotikfilme, sagen wir es mal so, in Europa gedreht. Und Basta hat ein Interview mit ihm gebracht, das, wie sich nachher herausgestellt hat, teilweise erfunden, gefakt, gefälscht war, über sein extrem ausschweifendes Sexualleben, wo er nicht gerade sehr fein und eigentlich sehr sexistisch über Frauen gesprochen hat. Und das war dann im Prinzip auch das Ende von Herbert Fuchs seiner politischen Karriere. Er musste dann zurücktreten, ist zurückgetreten. Und das hat dann im Prinzip auch den eigentlich schon prognostizierten und vorausgesagten Wahlerfolg verhindert. Die Vereinten Grünen Österreichs erreichen letztlich nicht einmal zwei Prozent der Stimmen. 1986 schließen sich die Hinterbliebenen in der VGÖ mit der ebenfalls vier Jahre zuvor gegründeten, jedoch weiter links stehenden, alternativen Liste Österreichs zur Grünen Alternative zusammen. Unter der Leitung von Freda Meissner-Blau kann noch im gleichen Jahr der erste große Wahlerfolg gefeiert werden. Bei der Nationalratswahl 1986 schaffen die Grünen mit 4,82 Prozent der Stimmen erstmals den Einzug ins Parlament.